Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Adventskalender der 14. Adventskalender heute gibt es kein spiel und auch heute nicht so wie das nur Adventskalender so also die download geschenke steht in der video beschreibung wenn ihr angeschaut habt und ja so dass ich keine zeit mehr hatte ich konnte die zeiten hier schaffen unser spiel ich wollte die zweite teil hier spielen aber ich könnte das morgen machen in der 15. Adventskalender tut mir leid aber es ist so dann tschüss